Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur weiteren Folge ARK. Ich hoffe, ihr seid in ein gutes neues Jahr gerutscht. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin nicht so gut in ein gutes Jahr gerutscht, weil ich war nur zu Hause und lag in meinem Bett, weil ich bin seit ein paar Tagen echt ordentlich krank. Ich sitze hier auch gerade in drei Decken eingewickelt und bin immer noch übel am Abzittern. Und deshalb habe ich heute nur ein bisschen was zusammengeschnitten für euch. Und ich hoffe, da habt ihr ein bisschen Spaß dran. Das sind so vom ganzen Jahr die Videos ein bisschen zusammengeschnitten, ein paar Fails und ein paar lustige Sachen und so, die ich zumindest für lustig hielt. Und ich lag halt einfach im Bett und habe da ein bisschen was zusammengeschnippelt. Das war das Möglichste, was ich irgendwann machen kann. Soweit ich wieder gesund bin, geht es wieder richtig los. Aber im Moment geht es leider echt nicht. Ich bin ein bisschen fertig. Also wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, das wäre lieb. Dann sehen wir uns wieder, wenn ich wieder fit bin. Und tschüss. Kann ich bitte einfach das Ei klauen, bitte? Er fliegt da dumm gegen die Wand. Eigentlich gefällt mir das. Ich mach's einfach. YOLO! Oh, YOLO! Aua! Nein! Nein! Aua! Nicht machen! Böse! Oh! 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 Fender ist gut, Brudi! Oh! Das war ja chillig. Fast. Schon den heiligen Fliegen, den Kalimimus. Wie der da oben einfach steht. Was ist, warum ich ihn abschieß? Aua! Da werde ich gebissen. Nein! Ist runtergefallen. Ja, also echt. Nee, da will ich nicht hin. Das hier ist Schwefel, oder? Ja. Oh, da unten. Da unten ist er aber noch. Nein! Das ist... Nein! Ist das der Main? Ich bin so tot. 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 Ich bin so... Ich bin so tot. Oh, Mann. Ich würde sagen, wir kommen gleich wieder. Das ist on Tour. Wir sind auf Rettungsaktion. Weil wir sind so schneller ohne Klamotten. Oh Gott, du Trinker. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich glaube, das war unten lang und links lang, ne? Nee, da war's. Oh, nein. Können wir da lang rennen? Können wir da lang rennen? Muss gehen. Oh, du wirst angerotzt. Oh, nein! Der spawnt gerade alles wieder! Nein. Da ist Mantis gespawnt. Wir sind so ein Fakt. Der wird die ganze Zeit hinter mir her springen. Wir müssen nur zum Salvertuf kommen. Aber da ist auch schon wieder irgendwas gespawnt. Nein, da ist alles gespawnt. Können wir runter springen? Hier, lass dich runtergehen. Lass dich runtergehen, oder? Wo runtergehen? Nein, lass einfach weiterkommen. Hinter dir. Ich bin runtergesprungen. Oh, nein. Ah, deshalb. Ich bin wahrscheinlich tot. Das ist Cave Speed Run. Und ich bin da verdurstend. Nein, da ist noch ein Mantis. Ich bin außer Puste. Easy. Ah, von Level 8 Mantis ist auch noch richtig demütigend. Als ob hier ein Stein-Golem ist. Ich dodge den. Ich dodge den. Okay. Du gedodged. Nee, klappt das besser, wa? Oh Mann, mein Drache steht danach. Da sind wir wieder. Speed Run Versuch Nummer 2. Diesmal haben wir eine Rüstung an. Ich habe eine Pike dabei und ich habe Kaktusbrühe. Und Kaktusbrühe wird uns, glaube ich, diesmal den Arsch retten. Meinst du nicht? Hast du Vertrauen in die Brühe? Ich weiß nicht, ob ich so in der Brühe vertrauen soll. Ich vertraue der Brühe. Ich vertraue der Echt. Ich weiß wohl eins, dass es mir richtig warm ist. Echt jetzt? Die nach unten? Ja. Ja. Vertrauen wir der Brühe. Vertraue der Brühe. Okay, das Vieh hat mich gesehen. Okay, okay, ich renne weiter, ich renne weiter. Ich lasse dich zurück. Oh, ich bin direkt vor der Spinnen langgelaufen. Das war nicht so intelligent. Nein, 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 nein. Ich habe Kaktusbrühe drauf. Ihr seht mich alle gar nicht. Haukel, bist du hinter mir? Ja. Okay, ich gehe hier runter. Ich gehe wieder runter. Das tut zwar weh, aber das ist glaube ich... Die stehen alle vor dem Scheiß... Oh nein, mein Held ist kaputt. Haukel ist tot. Ich bin direkt in drei Mantis gesprungen. Okay, das hat gut geklappt. So weit, so gut. Du musst nur durchkommen. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Ich tue es für das Team. Wehe, du dodschst nicht. Ja doch, diesmal kommt mir der Steingolum nicht so. Also vertraut auf jeden Fall auf die Kaktusbrühe. Ich sag euch, die sehen euch gar nicht. Die haben mich nicht gesehen. Oh shit. Da bin ich das letzte Mal gestorben. Wenn das diesmal klappt, machen wir das immer so. Einfach rushen. Oh, ich wünschte, ich hätte einen Grapplinghook dabei. Ja, wir machen jetzt immer Cave Speedrun. Das Ding ist, die sehen mich hier wirklich fast nicht. Oh, der Golem ist aufgestanden. Okay, vielleicht haben die mich doch gesehen. Oh nein. Ich bin falsch gelaufen, glaube ich. Oh, Stein. Oh, Stein. Oh, ja, ich bin falsch gelaufen. Oh, Titanboar, ich muss immer nicht rüber sprechen. Wenn das klappt, dann bin ich der Gott der Götter. Oh Gott. Hauke lieb mich, liebe mich, Alter. Ich bin einfach der Beste im Speedrun. Ich bin gerade über der Titanboar drüber gesprungen. Und der Golem ist runtergefallen. Ja. Schaffe ich es zu mir nach Hause? Das ist die Frage der Fragen. Oh, das ist aber so weit. Ich denke nicht, dass es gut geht. Uh. Über den Wolken. Alter. Wie hoch ist das bitte? Oh, ich habe so Angst, dass gleich einfach die Stamina von dem Ding leer ist oder sowas. Hoffentlich haben die keine Stamina. Von ja bin ich gearscht. Gut, dass ich da jetzt erst drüber nachdenke. Oh, ich komme ja locker nach Hause. Oh Gott, der macht so komische Geräusche. Warum macht der jetzt so komische Geräusche? Sag mir nicht, dass dein Stamina leer ist, dann bin ich so tot. Okay. Scheint alles gut zu sein. Oh Gott, ich glaube, das war echt zu hoch. Ich komme ja nie wieder nach unten. Außer ich werfe den weg, aber ich glaube, ich will den gerade nicht wegwerfen. Aber schöne Aussicht hier, ne? Ich würde sagen, ich mache jetzt mal ein bisschen, ich spule mal ein bisschen vor. Dann treffen wir uns wieder, wenn ich gelandet bin. Ich würde sagen, 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 ich würde sagen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So Leute, wie ihr gerade sehen konntet, habe ich Suizid begangen, weil es einfach so unendlich lange gedauert hat. Ich habe heute schon vorgespult und das hat einfach unendlich lange gedauert, bis ich da unten gekommen bin. So, die... Ah, du bist sogar in meiner Base. Bist ja richtig gut gelandet. So. Und... Meine Sachen sollten... Oh, hier! Alter, guckt einfach, wie ich hier stehe. Ich mag einfach den Thriller-Move. Wie cool sieht das denn aus? Es ist gleich soweit der Moment der Wahrheit. Kommt wirklich ein schwarzer Drache hier raus. Bitte, sonst ist es die Blommage. Es ist ein schwarzer Drache. Oh mein Gott! Alter, dann geht meine Theorie ja sogar echt auf, dass halt... die Eltern in der Nähe von dem Nest sind. Ach, Quatsch! Der ist auch schwarz! Ach, du Scheiße! Das ist ja so geil! Oh Gott, Alter, ich kann gerade ausrasten. Ich kann gerade echt ausrasten. Oh Gott, weil bei dem habe ich gar nicht geguckt, was da so in der Nähe war. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und ich wollte so gerne einen schwarzen Drache haben und ausgerechnet der High-Level ist ein schwarzer Drache. Oh Gott! Oh! Hallo? Oh ja, sind die... Was ist der Teufel? Was ist das? Hilfe! Aua! Hör doch auf! Hilfe! Ah! Lass mich in Ruhe! Hilfe! Wo soll Drache? Verdammt! Wenn ich hier brauche... Ich dachte, du hilfst mir! Ich habe hier auf den 3 gepfiffen! Hilfe! Lass mich in Ruhe! Lass mich los! Oh, lässt er mich denn nicht los, verdammt! Okay, ich bin gleich tot. Warum hilft mein Drache mit nicht? Warum habe ich mir die 96er ausgesucht? Äh, also Leute, sie sind aggressiv. Das kann ich hiermit jetzt bestätigen. Okay. Das hat auch geklappt. So, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Okay. Komm her, komm her. Okay. Der kriegt auf jeden Fall Damage, der Freund. So, ich weiß nicht, ob er genug Damage bekommt. Ich will auf jeden Fall mal in der Nähe bleiben. Er wird blutig, er wird blutig. Ich ziehe mir eine scheiß Gasmuske auf. Okay, jetzt habe ich die nicht aufgezogen. Und dann helfe ich da ein bisschen mit vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ja, will ich. Ich mache gut Damage. Okay, okay, will ich definitiv nicht, weil... Noch so... Ich gehe jetzt weinen. Tschüss. Ja, komm mit. Feinie. Und die Turtles schießen. Jetzt gibt's Riss, mein Junge. Ruckel, ruckel, ruckel. Es ruckelt ewig. Jetzt ist einfach alles grün. Geh da raus. Lock den da nicht raus. Ich mach's doch gar nicht. Ich probier mich nur irgendwas zu tun. Jetzt zieh da einfach hin. Jetzt lockst du ihn raus. Geh weg von mir. Jetzt geht er, er geht wieder in die Turtles. Er geht wieder in die Turtles. Okay, ich muss mich ausrufen. Das ist ziemlich aufregend. Er ist schon blutig, er ist schon blutig. Oh, er will wieder für mich gehen. Oh Gott, wie viel Zeit? 3.30. Setz dich einfach daneben, also. Aua, Aua, Aua. Oh mein Gott, das ruckelt einfach so unfassbar doll. Ja, nicht nur bei dir. Aua, 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 aua. Aua, warum? Hund, geh wieder auf die Turtles zu Spaki. Oh, er kassiert. Bleib näher dran, bleib näher dran. Der ist bald tot. Bleib ein bisschen näher dran. Dass du die Sachen bekommst, falls wir was bekommen. Ich hoffe, dass wir was bekommen. Oh Gott, oh mein Gott, er ist echt tot. Er ist gleich tot. Er ist tot? Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! So, hab ich dir die neue Amor? Ja. Jetzt kann man eh gleich. Die Amor ist nicht soo wichtig. Dann hast du aber weniger Druck. Ja, dann bitte. Du bist tot. Ich bin so ein Idiot. Und ich seh hübsch aus. Kano, los. Mehr Ei habt ihr dich gelegt? Was war ich denn los? Oh! Ich hab ganz vergessen, dass ich sie erschlagen kann! Es tut mir leid. Oh Junge, der wär fast gestorben. Der wär echt fast gestorben. Oh Mann, ich bin's einfach so gewohnt, PvE zu spielen. Und hier sind PvP-Einstellungen drauf. Oh, es tut mir so leid. Ich pfleg dich wieder hoch, mein Sohn. Hier, Generationstrank. Hier. Bist du ja full life. Hier. Poison... Eraser. Da. Alles wieder gut. Oh, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich will nicht auf dich schießen. Doch. Warte. Wie groß sind die Raketen denn? Ich hab keine Ahnung. Ich hab nicht getroffen. Was? 600.000, David! Hast du dir diese Explosion gelegt? Alter! Was ist das denn? Das ist immer ein Scheiß. Dodo, friss! Geh weiter, geh weiter! Oh, ich bin tot! Ich auch. Was? Warum? 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 Du bist boosted, Junge. Ich bin tot, bin ich. Dankeschön. Alter. Jetzt nicht kurz Panik. Gute Nacht. Und auch nicht. Und auch nicht! Ah, nein! Passiv! Oh Gott, ich werd jetzt so verp... Ah, nein! Geh schlafen! Geh schlafen! Geh schlafen! Bitte! Wo ist... Warum bist du da oben? Ich hasse dich! Wo willst du hin? Bleib hier, bitte! Bitte! Ich liebe dich! Oh, warum kann sich... Oh, ich bin fast tot! Huh! Huh! Warum habe ich diesen Petfighter nicht mehr dabei? Oh, was ist das für ein Vieh? Greif ihn an! Oh, lieber Gott! Nacht! Was ist hier los? Ich wollte nur ein Giga 10! Oh mein Gott! Ich bin so gut im Spiel! So! Du bist tot! 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 Alles stirbt hier! Okay, das war ja richtig easy! Was... Was fightet da? Die alle nicht hoch! Oh, Mann! Hä? Kann man die nicht zähmen? Ich dachte, die kann man zähmen! Ich meine, ich habe mal jemanden in einem Video damit rumlaufen sehen! Ich könnte mich auch geirrt haben! LOL! Ich bin gerade auf... Nein! 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 Aua! 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 Nein! Oh Gott, ich bin so tot! Mama, helfe! Okay, okay! Alles easy! Es sind nur ein paar Raptoren hinter mir und... Oh, ich... Wie soll ich das machen? Oh, ich habe meinen Grapplinghook dabei! Oh mein Gott! Nein! Nein! Nicht hauen! Nicht hauen! Nicht jetzt! Nein! Lass mich hoch! Komm schon! Nein! Komm schon! Oh mein Gott! Wie gut bin ich denn? Alles geplant! Alles geplant! Wuuuuh! Wir haben einen Turkey! Ein Bionic Turkey! Na du! Sind wir Freunde? Ich kann dich aufheben? Wie sieht das aus? Was? Was ist das? Was? Was ist das? Riesen Turkey! Wuhuuu! Du und ich! Wir beide! Alter! Ist das cool! Ist das cool! Bionic Chieftain Head! Oh! Oh! Verdammt! So! So! Oh! Damit sehe ich auch fresh aus! Oh! Damit sehe ich echt fresh aus! Kann ich noch irgendwas mit dir machen? Ich kann nicht reiten! Ich kann nicht kastrieren! Das wurde übersetzt! Wo bin ich? Ich bin unsichtbar! Ich bin unsichtbar! Darf ich mal! Das! 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 Was? Was ist das? Was? Warum? Oh Mann! Ich bin jetzt schon! Oh! Ist das herrlich! Hier! Ich reite meine Turkey! Ich reite meine Turkey! Wuhuu! Der kann sogar spreng! Was ist das zum Teufel! Was sieht so scheiße aus! Ah! Das ist schon mal... Ich liebe dich! Tu nicht, ey! Wenn ich die Chance habe, 100 Wufels mit pro Level zu bekommen, dann musst du uns einfach tun, Leute! Oh! 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 Oh Gott... Oh Mann! Das ist so dumm! Das ist so dumm! Komm, ein bisschen Leben aus來 auch noch! Bis.. Alter! Er kriegt richtig viel Leben! Ich glaube, wir müssen noch mal einen vernünftig skillen Oh shit! Der ist glaube ich echt gar nicht so schlecht! Sogar wenn ich stehe, zappelt der so komisch! Seht ihr's? Ach du Scheiße, was ist das für ne Scheiße, oh man, worauf habe ich mich da nur eingelassen, ach, das ist einfach zu herrlich, ich schaffe es nie zu Hause zu landen, ich, oh, das war gut, hallo Sabertooth, hallo, nein, nicht runterspringen, nein, 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 ich wollte dich hinterher, nein, ich wollte dich hinterher, nein, 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 was habe ich getroffen, den selber truf, okay, Häuserngetar, was bleibt hier, okay, nein, 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 wie komme ich da jetzt wieder hoch oh nein wo fliegt warum da muss ich hin obwohl hier auch nicht hier ist die drache verlangen mich daran zu schießen ich treue wenig ich wollte es doch nein 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 kaufe oh nein au 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 eu meine tupo geht hoch beiss mich nicht oh wo bist du oh gott ich werde so enländisch umkippen gleich ja was hast du jetzt he ? da wolle ich einmal bei dir mitfliegen oder machst du solche Sachen oder was? Hier da kriegst mir eine Achse ins Gesicht wo hast du den gerade? komm wir machen Sneaker Tag ok Sneaker Tag auf dir mit den Bogen Er sieht uns nicht, er sieht uns nicht! Sneak Attack! Aua! Weg! Nein! Ich wurde ausgenockt! Nein! Nein! Oh nein, das sind ja mehrere! Victor, nein! Ich hab immer noch kein Bett. Ich bin so ein hier nie, wo ich dir kein Bett aufgestellt. Überhaupt einen Biss aushalten, wundert mich halt schon. Wie viel Armor haben die dann? Ey, ich will nur die Sache nehmen. Was, 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 ich hör schon wieder was. Drache, Drache, mach was, mach was! Wo, bitte geht der Drache hin? Drache! Hilf mir jetzt, ver fiquei die Kacke! Wo ist der Drache? Ich dachte, der kommt gleich wieder, wo ist der hin? Warum geht denn alles schieb? Ich krieg sogar noch von denen auf den Sack, wenn ich einen Drachen dabei hab! Wie stark sind die bitte? Ich habe Angst davor, dass es in die Hose geht, weil ich eigentlich meinen Drachen nicht unbedingt verlieren wollte, aber... Weil der sieht echt schon ein bisschen ultra, ultra stark aus. Das macht der Heiligenschein. Ah, der ist Level 20. Ja, das macht echt der Heiligenschein, glaub ich. Ah, Level 20, den ballern wir. Ja, aber hier sind überall Typen, ne? Ja, egal, ich hab Fragen. Ich bin tot! Und der Drache ist tot. Und Yosef auch. Nein, echt jetzt? Ja! Du hast auch angegriffen? Ich hab nicht angegriffen, ich war einfach nur in der Nähe, ich bin vom Drachen gefallen, der war tot. Was? Oh nein! Oh nein!